und ich glaube für sie wäre eigentlich nur noch eine einzige andere frau schlimmer gewesen kathik harenbauer oder soll ich besser sagen walter ja dann macht sie auch die walter ist ja eine nette ich verstehe gar nicht warum ist eine total entspannte nette frau du bist aber eine süße maus margherita num 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 frühstück für kathie sorry ich komme mir selber eklig dabei vor es tut mir sehr leid ihr habt echt die arschkarte heute dann könnt ihr mal einen riesen applaus für margherita und andreas haben ey mega